Hallo Leute, Matthew hier und wir spielen bei, ähm, Final Fantasy 1. Und ich bin gerade am überlegen, ernsthaft, wo wir eigentlich genau nochmal hin mussten. Gut, Jo, miss zwar einer, aber da müssen wir nicht hin, das weiß ich. Ähm, du warst böser Hai, das weiß ich noch. Äh, 26, was verfehlt. Okay. Äh, wo müssten wir denn jetzt nochmal hin? War das hier? Okay, du könntest mal heilen, nicht? Geht da auf. Nur mach doch nichts. Autsch. Arsch. Nicht nett von dir, ganz und gar nicht. Du hast aber eh keine Chance gegen uns. So. Ich bin gerade ernsthaft am überlegen. Wobei der Hafen, ne? Ne, war auch nicht. Er war hier. Gut, da müssen wir hier definitiv nicht hin. Das ist schon mal nicht gut, haben wir was, um das aufzunehmen. Nicht wirklich. Dann haben wir jetzt vermutlich ein Problem. Ah, doch nicht. Aber wir werden trotzdem mal kurz in die Stadt gehen. Ähm, das in Wabodien. Ja. Jutentag. Ja, gerne. Öp. Danke. Sollte mal auf die Uhr gucken. Perfekt. So, wo war der Rüstungsnamen? Der war hier unten. Item Rüstung. Dann haben wir nämlich freundlicherweise mitnehmen. Äh, na. So. Gut, haben wir das gemacht. Noch eins für, bitte. Ich bin jetzt wirklich am überlegen, wo wir hin mussten. Nochmal, genau. Das doof ist halt, dass es hier keine Karte gibt. Das es umso schwerer macht. Wir haben Sicherheit, wann wir mal wieder speichern. Man kann ja nie wissen. Oh, mein Gott. Wenn ich das jetzt schon sehe. Ja, genau deswegen. Schön. Ich mag die Gegner nicht. Kann man hier rein? Nein. Kann auch überall, nicht überall landen, sondern nur, wo auch ein Hafen ist. Zum Beispiel hier. Moment, Piraten. Seid ihr schwache Piraten? Gut. Und wenn wir hier mal anlegen und sichere nochmal speichern, weil ich habe keine Ahnung, wie stark die Gegend hier ist. Guck mal, sind es normale, einfache Gegner. So. Sieht gut aus. Dann würde ich mal sagen, hier sind wir ungefähr richtig. Da bin ich jetzt einmal um die Welt gereist und ich... Okay, mal auf den da hinten. Du machst nochmal auf den Zoga-Häufling. Und dann macht ihr einfach alle normale Angriffe. Schön. Also wie hier mein Neffel so steht, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Da. Da. Schloss. Elfenstadt. Elfenstadt. Oh ja. Feuerer... Nee. Hier will ich nicht hin. Elfenstadt ist nämlich gutes Stichwort. Nein. Das können wir auch noch später machen. Elfenstadt. Dann war es hier oben, oder? Ja. Nehme ich zu dir. Halt den Zustand Gift. Nehmt... 2.500. Nehmt... Das ist dann der falsche. Gab es hier nicht noch irgendwo... Einen zweiten da? Genau. Fitra. Gut, dass wir das geklärt haben. So, jetzt kann man nämlich hier noch hoffentlich nochmal schlafen. Ja. Danke. Wucher, sag ich ja nur. So. Was sagst du denn? Oh, bitte helfen wir. Also, wie ein Unid. Eisen und Schacko. Hört sich gar nicht so schlecht an. Werden wir aber vermutlich nicht drauf kommen, oder? Na. Gott, nicht so schlimm, hörte ich behaupten. Wir gehen jetzt mal ins Schloss. In Schloss. Unser Print ist von Astros verflucht worden und in einem tiefen Schlaf, wir bitten euch ein, ähnlich seiner Majestät zu helfen. Ja, wenn wir doch mal uns das Bestes geben, wo ist sie denn? Elfen-Prinz-Schlaf. Fünf lange Jahre ist es nun her seit dem Mast, dass diese Stoffe überfühlt und unserem Print zu verflühten. Sämtliche Tränke habe ich in seiner Majestät verabreicht, doch ich bin mit meiner Elfen-Weisheit am Ende. Dann könntest du uns doch bestimmt sagen, wo dieser Astros ist, oder? Stimmt, Matoya, Glas-Auge. Wenn ich bloß wüsste, wo das Glas-Auge ist. Ich kann's mir vorstellen. Ja, ich kann's mir vorstellen, wie das nochmal war. Nochmal speichern. Astros war... Naja, wir können ja erstmal ein bisschen funktionieren. So, mal kurz vorgespült. Astros war irgendwo hier, oder? War Astros hier? Ich weiß es, ehrlich gesagt, gerade nicht. Wir haben nix, um Gips zu heilen, oder? Ne, du müsstest halt mit Gips nehmen. Was sollt. Ich will jetzt erstmal wissen, wo Astros ist. Ich will doch gar nicht mehr vorspulen, verdammt. Merk's dir endlich. So. Astros war... Ja, okay, außer die Kämpfe. Aber halt die Laufhege, ne. Gut, hier ist der nicht... Nächster Vergriff ist, oder so? Äh, wir müssen sofort zurück in die Stadt. Gut, dann kann ich jetzt mal hier auch mal Gies halten. Hallo! Ja, soviel zu dem Thema. Ah! Sie bleibt natürlich tot, das ist nicht gut, unbedingt. Wir müssen auf jeden Fall zurück in die Stadt, und zwar schnell. Schreck! Oh nein! Merk! Übelst! Ja. Ja. Genau, greift mal ihn da... Clean. 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 Könntet ihr auch schon ihm die ganze Zeit zu nehmen. Ähm, hallo? Dürfte ich vielleicht auch mal... Joa. Mhm. Schon klar. Ja. Schön. Heute auch mal Zeit, also dann. Gut. Soll uns nicht weiter stören. Ist nur schade, dass wir jetzt die ganzen Gegner, die wir getrunken haben, die ja weg sind. So, Astus war... Astus war... Wo war Astus? Ich glaube, Astus hat nämlich auch das Glas auch. War's das hier? Nein, da war Astus nicht. Ah, da sind Völfer. Die tun es natürlich keine Probleme mehr schlafen, leider sind wir nur zuviel, denn nicht zuviel. War's das hier? Ah, doch, hier oben war er, glaube ich. Hm, oder? Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr. Könnt's mal unsere Magie heilen. Der ist nämlich bei Stauern. Liebe Rukia, heil mal bitte ihn. Ja, okay. Was? Wo war dieser Ast? Ah, da oben war er. Ja, genau. Da war er, glaube ich. Westschloss. Westschloss. War Astus hier? Ich bin mir grad unschlüssig. War Astus hier? Ach stimmt, hier können wir ja normal rennen, fährt mir grad sein. Ah, wo war Astus? Astus war hier. Ah, Zauber Schlüssel, nein. Nein, das hat schlechte Erinnerungen. Ich komm hier überall nur mit nem Zauberschlüssel rein, ne? Also muss ich erst in die Höhle. Und das ruft schlechtes Stichwort hervor. Ne, hier komm ich so rein. König Astus, der König der Dunkelhelfen, hat mich bedrungen und mich all meiner Reichtümer worauf. Seht nur, ich bin nur noch ein Schatten meinerseits. Mein punktvolles Schloss zu einer Ronuine verfallen. Du, er sieht aus wie tapfere Krieger, erfüllt mir meinen letzten Wunsch und bringt mir aus dem südlichsten Sumpfgrotte meine Krone wieder. Südliche Sumpfgrotte, okay, wie du willst. Machen wir doch gerne. Ähm, nächste Folge. Ähm, südliche Sumpfgrotte. Gut, dann bis die nächste Folge. Gut, dann bis die nächste Folge.